Weil er eben zwei Verletzungen hatte, hat trotzdem dann in der Zeit gezeigt, was er kann und was er davor schon gezeigt hat. Also das sind knapp 200 Pflichtspielen in der Premier League und in den Championship und Freundschaftsspielen, fast 100 Torbeteiligungen. Und mit 22 Jahren, er hat einen Weg gegangen über große Leistungszentren, dann über Reading, über Crystal Palace, sich jetzt zu Bayern München gespielt. Und ist einfach ein unfassbar kreativer Spieler, eine unglaubliche Schlaune, sehr guter linker Fuß, kann sowohl über den Flügel spielen, aber auch im Zentrum spielen. Also gibt uns sehr viel Variabilität. Ein Spieler, der uns sehr viel Freude machen wird.